Hallo und willkommen zurück zu Sheltert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Joa, beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass unser Bunker schon ein bisschen überlastet ist. Oh, schon wieder schwarzer Regen, wie schön. Da kommt gerade jemand angerannt. Und bringt uns... Mhm, ganzes Zeug. Das klingt gut. Zeig uns dein ganzes Zeug. Oh ja, die nehmen wir. Davon können wir nie genug haben. Seile nehmen wir auch. Und Rohre nehmen wir auch. Und... 180. Ich wollte sowieso mal gucken, wie viel sind... 500. Die sind 400 wert, die sind 300 wert. Okay. Was haben wir denn so... Bücherseitig. So, da sind wir schon mal bei 150. Und einmal Fleisch drauf sind 180. Den Rest kannst du wieder mitnehmen. So. Kleines Haus. Okay. Alles mitnehmen. Keine Gnade. So. Also Gasmasken mäßig sind wir jetzt auf jeden Fall schon wieder drin. So. Haben wir Leute, die fit... Wir haben nicht genügend Wasser. Das ist das Problem. Wir haben nicht genügend Holz, um den Bunker zu erweitern. Und... Ja, müssen wir uns erstmal irgendwie behelfen. Also wassermäßig ist es momentan wirklich erstmal ein Problem. Wie ist denn der Kontaminationsstand? 7% geht eigentlich noch. Da kommt unser Außenteam wieder zurück. Und die sehen nicht allzu fit aus. Immerhin bringen sie selber ein bisschen Wasser mit. Das ist ja schon mal was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aufrüsten. Okay. Kunststoff... Oh, wir brauchen Drähte. Wir brauchen dringend Drähte. Ähm, okay. James und... Wer ist noch? Du... Hm. Hm. Nee, das ist schon zu viel. So. Sollte euch ein bisschen beschäftigt halten. Na komm. Ausrüsten. Ausrüsten. Unser anderes Außenteam hat noch das Fernglas mit dabei. Aber das ist nicht weiter schlimm. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir bis... ...wie die... ...Drähte haben. Schön, schön. Äh, ja. Ein Holz, eine Pistole, zwei Gasmasten. Das passt schon. Scott hat erhöhte Wahrnehmung. Wir brauchen dringend Drähte. Wir kriegen eine ganze Menge Drähte, wenn die hier durch sind. Aber bis dahin haben wir ein Problem. In unserer Großzügigkeit haben wir zu viele Leute reingelassen. Problem, Problem. Zug zurücklegen. Kraftstoff hinzufügen. Reparieren. Na ja, immerhin kriegen wir Wasser dazu, aber... Hm. Das hier wird noch eine Zeit lang dauern. Du brauchst dringend eine Dusche. Und danach was zu essen. Aber besser, du tust vorher als nachher. Sir, wenn sie Wasser mitbringen würden. Hm. Kontakt, okay. Das ist einer von ihnen. Nein. Nein, wir sind definitiv keiner von denen. Wir sind jemand total anderes. Und wir sind uns dessen absolut sicher. Ryan. Äh, nein. Nein. Sorry. Tolle Werte, aber nein. Ist das jetzt normaler Regen? Sieht fast so aus. Wie sieht's hier aus? Das dauert. Das dauert. Das dauert. Wir können nochmal erweitern. Hm. Können wir später machen. Ist erstmal nicht so wichtig. Effiziente Dusche, effiziente Toilette. Hm. Metall und Holz. Hm. Holz. Holz. Ah. Großes Regenfass. Wäre durchaus nicht uninteressant. Solarmodul wäre auch nicht schlecht. Brauchen wir aber wieder mehr Drähte für. Okay. Als erstes fangen wir an, indem wir nochmal erweitern. Das zweite, was wir machen, ist, wir fertigen, reparieren. Danach darfst du was essen. Na komm. Tag 64. Ich würde mal sagen, es läuft momentan wieder. Wenn wir nicht wieder irgendwas Offensichtliches übersehen. Nehmen wir alles. Nichts wird zurückgelassen. 7 Kunststoff. Aber. Ah. Wo kriegen wir das Ding unter? Packen wir es erstmal hier hin. Wie müde bist du? Oh, du bist schon ganz schön müde. Aber du bist auch fast fertig. So. Hm. Scott, wie wäre es, wenn du dich auch schlafen legst? Da kommt wieder jemand. Hoffentlich zum Handeln. 210 Liter Wasser können wir jetzt speichern. Das ist schon mal nicht schlecht. Hm. Raymond. Sachen loswerden. Hm. Definitiv. Gerne. Nehmen wir auch. Klebeband kann man auch gebrauchen. Und. Und. Wie viele Transistoren haben wir noch? Elf. Wir haben aber auch nur noch sieben Batterien. Mal sehen. Hiervon haben wir, glaube ich, mehr als genug momentan. Müsste weiter oben sein. Hier. Äh, 13. Okay. Klebeband 20. Hätte ich auch gerne mehr. Zement. Müssten wir eigentlich noch in Massen haben. Haben wir. Schalter haben wir auch. Okay. Gut. Dann. Können wir so handeln. Dann schauen wir mal. Wo haben wir unsere Bücher und Teddybären? Da. 83. Das heißt. Ein davon. Ein davon. Irgendwas, was 3 wert ist. Es ist 2 wert. Es ist auch 2 wert. Es ist 6 wert. Es ist 2 wert. Ach, verdammt. noch 1. Da braucht man mal Schrott und hat keinen. Zumindestens keinen, der nichts wert ist. Ja, komm. Dafür fehlen uns Nägel. Fehlen uns Nägel. Hierfür fehlt uns noch Holz und Metall. Machen wir noch einen zweiten großen Rucksack? Ich würde sagen, ja. Weil von dem anderen Zeug. Hierfür brauchen wir wieder sehr viel. Was ist das? Blumenkübel. Holzeimer und Glühbirne. So. Ihr funkt mich gerade an. Jemand möchte Kontakt aufnehmen. Nur her damit. Ah, ein toller Elite-Soldat. Ja, ja. Handelswert 200. Handelswert 15. 15. 16. Ja. Okay. So. Okay. So. Okay. So. So. Die Feder möchte ich aber eigentlich auch haben. Machen wir das so. Schön. Darüber freue ich mich aber besonders. Naja, ich freue mich für unser Team sowieso immer, aber... Mal sehen. Dann. Schauen wir mal. Nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Nichts zurücklassen. Dann schauen wir mal. Demnächst können wir also anfangen, unsere eigenen Pflanzen zu züchten. Okay. Und du kannst direkt mal wieder putzen. Schule. Klar doch. Wie sieht es aus? 115. Das heißt, wir können ein neues Team losschicken, sobald das andere zurück ist. So. Du bist wieder fit. Dann kannst du einmal hier alles in Schuss bringen. Das sind noch immer 11 Minuten. Alles mitnehmen. Sehr schön. Behelfstoilette-Zustand. Behelfstoilette-Zustand. Gut. Ähm, okay. Könnten wir zerlegen, werden wir aber nicht. Du bist müde und durstig und hasse nicht gesehen. Du bist auch relativ... Genau. Trink mal was. Und wenn du fertig bist damit, gehst du ans Funkgerät. Und da kommt unser Team wieder zurück. Du bist relativ fit. Du bist relativ fit. Du bist relativ fit. Gut. Status Objekt-Planter-Nothing-Plant. Okay. Ist offensichtlich noch nicht ganz hundertprozentig implementiert. Aber wir arbeiten dran. Und sobald ihr wieder da seid, genau... Alles nehmen. James ist gerade wieder gekommen. Scott. Scott. Und... Wen schicken wir noch mit? Ja. Diane. Gut. 108. Den Blumenhändler möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Oder machen wir... Ja, hier ist auch ein Blumenhändler. Der ist aber auch schon ziemlich weit weg. 23, 35, 46. 24, 45. So, das ist zwar eine mehr als ordentliche Runde, aber okay. Okay, du bekommst eine Axt, eine Gasmaske, einen Dietrich und den großen Rucksack. Ne, diesen hier. Haben wir bisher nur einen gefertigt? Okay, ungünstig lässt sich aber nicht ändern. Und du bekommst einen hiervon, eine Gasmaske, das Fernglas und ein Messer. Hm, handeln, okay. Keine Drähte natürlich. Ungünstig können wir aber nicht ändern. Das Wasser nehme ich gerne, die Rohre nehme ich gerne. Motoren, Platinen nehmen wir auch. Nehmen wir die Seile mit dazu. 49, okay. Natürlich, und für dich ist das alles nicht so wertvoll, deswegen... Deswegen beladen wir dich jetzt mit unserem Schrott. 48, ah... So, ihr beiden seid unterwegs. Neun Minuten. Drähte und Kunststoff. Werden wir beides da rausbekommen, ist nicht das Problem. Okay, ähm... Halt, 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 halt. Ich hab wahrscheinlich auf die falsche Stufe gedrückt. Ähm... Genau. Ich glaube, zu viel reparieren können wir nicht. Und zu viel putzen offensichtlich auch nicht. Ist der 100%-Zustand hier, der kann mal repariert werden. Und das Stockbett auch. Ist die Katze schon wieder hungrig. Mensch, Mensch, Mensch. Tag 65. Haben wir denn sonst irgendwas, was wir hiervon fertigen können? Nein. Hier fehlen uns Holz und Nägel. Äh... Hm... Es fehlt Holz und Nägel. Hey, hey, hey. Sollte uns eigentlich nicht überraschen. Ähm... Für den zusätzlichen Recycler fehlt uns auch. Und von dem Level-1-Zeug... Wir könnten noch einen Raum hinzubauen, wenn wir das wollen. Aber fürs Erste sehe ich dafür keine Notwendigkeit. Ja. Wie viel Wasser haben wir? 51. Ich fühle mich bei dem Gedanken nicht wohl, mit nur 51 Wasser noch ein zweites Team loszuschicken. Steht's um den Generator. Kann man auch reparieren. Na, sehen schon ein bisschen unfreundlicher aus als der Standard, aber... Hm, handeln. Okay. Uh, Nägel nehmen wir. Nehmen wir auch. Ähm... Ja, an Zement eigentlich weniger Interesse. Die Federn nehmen wir gerne. Die Batterie nehmen wir auch gerne. Wie viel... Ah, das sind auch keine... Keine guten Kunden. Aber egal. Mal bei 61. 80. 4 und... Oh! Ich bin vielleicht ein bisschen verschlafen. Ähm... So, 11 brauchen wir. Hm. Hm. Oder wir brauchen nur zwei, das ist einfacher. Können wir gut gebrauchen, das Fleisch. Klar, sprich sie mal an. Stimmt! Ich schussel! Da gibt's doch noch die eine, die am Versterbdursten ist. Äh... Äh... Okay. Leider haben wir aber nichts zum Handeln. Hervorragend. So. Natürlich sollt ihr nachsehen. Mehr, mehr, mehr! Ja. So, wie sieht's aus? Noch sechs... Ernsthaft, durch die vielen Pausen da drin, dauert das Recycel noch deutlich länger, als man eigentlich erwarten würde. Wir haben eine Menge Zeug, aber ums Verrecken nicht genügend Drähte. 44 Wasser. Mäßiger Sandsturm. Toll. Habe ich gerade in den Sauerstofffilter schon wieder repariert, hm? Lass mal gut sein. So ein Ärger. Allerdings, bis das andere Team zurückkommt, dürfte der Timer durchgelaufen sein. So. Du brauchst eine Pause. Dann ersetzen wir dich mal am Funkgerät. Wofür haben wir denn genügend Leute? Und ein Kaninchen. Mittelgroßes Haus. Klingt auch gut. Okay. Alles, alles. Nichts liegen lassen. Solange unsere Taschen voll sind. Wie sieht es hier aus? Kraftstoff hinzufügen und reparieren kann eh nicht schaden. Du darfst den Anzug zurücklegen und dich mal ein bisschen erholen. Immerhin, wir haben die neue Werkbank. Das ist ja schon mal ein absoluter Schritt in die richtige Richtung. Mist. Mist. Okay, jetzt haben wir gar kein Holz mehr, aber es ist trotzdem die Mühe wert. Ich würde ja sagen, ich mache es offscreen, aber... Irgendetwas ist gut, aber Zeug wäre eigentlich noch besser. Wie viel Gummi haben wir? Nein, kein Chordid, ich will das Gummi haben. Ähm, okay, 22 brauchen wir. Unser Team bringt mit Sicherheit noch Nahrung mit. Und irgendwas, was 2 wert ist. Da haben wir doch bestimmt irgendwas. Immerhin Tag 66. Das alleine ist ja schon mal was wert. Großes Haus, durchsuchen. Und da ist der Timer. Schallplatten, Bücher, Teddybär, Gasmaske, Nahrung, Holz, noch mehr Holz, Gewehrmunition, Scharniere, Drähte, Nägel. Benzin können wir auch gebrauchen. Und wir haben sogar noch einen Slot frei. Ich versuche das Ganze jetzt noch ein klein bisschen in die Länge zu ziehen. Auch dafür haben wir nicht genügend Holz. 2 Minuten 46. Okay, wir machen ein bisschen Überlänge, weil ich will das endlich fertig kriegen. Es könnte langsam mal anfangen, wieder zu regnen. Denn langsam müssen wir doch wieder anfangen, uns Sorgen zu machen. Ein Blumenhändler, ja. Und da werden wir wahrscheinlich dann wieder anfangen, den ein oder anderen Gegenstand liegen zu lassen. Noch mehr. Ich hoffe, ihr habt Wasser dabei. Wasser, Nahrung. Ziemlich dünn, dieser Blumenhändler. Wie gesagt, wenn ich von vornherein einplane, dass geplündert werden soll, dann braucht man eigentlich nicht mehr nachfragen, ob geplündert werden soll. Gut, eine Minute neun. Rohr, Holz, Radio. Kein Platz für Fernseher, das ist tragisch. Ein mäßiger Sandsturm. Oh, Polizeidienststelle. Das ist mal was Neues. Da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Mhm. Okay, Antibiotika hätte ich schon gerne. Irgendwas von geringem Wert. Das ist kein geringer Wert mehr. Irgendwas von dem wir definitiv zu viel haben. Naja, so rum passt das nicht. Also, machen wir es so. Ja, Wasser werden wir denen jetzt gerade im Moment ganz bestimmt nicht geben. Hm, Leder. Irgendwas, was. Komm, 30 Sekunden. Natürlich. Ziehen wir das Ganze noch ein bisschen in die Länge. Warum nicht? Ich hab Spaß dran. Hm. Willst du handeln? Offensichtlich nicht. Okay. Die stapeln sich nicht. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Dann müssen wir jetzt anfangen, zu entscheiden, was wir nicht mehr haben wollen. Hm. Oder was wir weniger haben wollen. Drücken wir es mal so aus. Wasser nehmen wir definitiv mit. Den Puppenarm. Dafür nehmen wir den Fernseher mit. Den möchte ich nämlich nachher recyceln. Und die Seile brauchen wir nicht. Wir haben hier auch keine... Nein, haben wir nicht. Bestätigen. Okay. Okay. 3, 2, 1. Kunststoff, Holz und jede Menge Drähte. So. Gut, dieses Haus machen wir noch. Ich sag aber jetzt schon mal, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ähm. Nein. Erst reparieren. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, wie immer. Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Boah. So viele Schusswaffen braucht doch kein Mensch. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde ich sagen, bis dahin und ciao. Haben wir die auch noch auseinander? Sie nehmen ja praktisch nur Platz weg. Ja, wir nehmen sie auch auseinander. Also. Jetzt ist es aber. Ciao. Ciao.